Jetzt ist meine Geduld ja mal vorbei. So, 5 von 5, geht doch. Also jetzt bin ich schon beinahe ein wenig eingeschlafen, innerlich. Und wohl auch ein wenig nach außen. Können wir das mal abgeben. Hallo, wer bist denn du? Zwei, zwei Namen. Ja. Der ideologische Feind. Wer kriegt denn hier schönes? Gewandheit und Glück. Das wäre doch schon mal interessant. Durchaus interessant wäre das. So, und da muss ich dich rausziehen, oder? Gnazius. Dann, komm her. Ja, nicht da drin verrecken. Dann musst du irgendwas aus deinem Beutel da bestimmt holen. Oder auch nicht, okay. Na ja, dann. Dann halt nicht. Habe ich halt gedacht. Habe ich halt falsch gedacht. So. Ach ja, und jetzt noch runter die Trolle töten. Und da werden wir jetzt mal endlich 25 werden. Das ist doch schön. Zeit wird's. Ich meine, andere kommen mit 25 hierher. Ich habe schon da hier... Naja, ich habe das Levelgebiet im Prinzip durch. Da kommt nicht mehr viel. Ein paar Sachen noch, aber... Wenn ich Glück habe, werde ich 26, ohne dass ich grinden muss. Wahrscheinlich habe ich ja kein Glück, wie ich mich kenne. So, erster Steintroll. Nächsten dürfen wir ein wenig schneller gehen, bitte. Ja, so ein wenig. 5er 20. Tada. Glück. Und 2 Skillpunkte. Könnte ich jetzt vergeben. Also ich habe gehört, dass das halt total sinnvoll sein soll. Ich bin jetzt halt nicht sicher, ob ich es annehmen möchte. Und ob ich das jetzt erst einmal in die Tranchen gehe. Klingeln, nein, hau. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Das mache ich auch nicht. Das geht ja nicht mehr weiter. Dann hätte ich hier noch Sänger kriegt. Hey, hey. Okay. Das freut mich aber. Ich schicke auch nicht, dass du der größte Fan bist. Okay. Ich sage mal, wir sehen uns gleich und müssen wir den Screenshot machen. Ich will das nicht vergessen. So, da bin ich wieder da. Das ist genau der Screenshot, den ich gerade gemacht habe. Gespeichert habe. Müssen wir dann hochladen. Aber das war mir jetzt bloß wichtig, dass ich das einmal auf jeden Fall schon mal gespeichert habe. Und das noch wegkriege. Vielleicht habe ich ja dann noch Glück und kriege ich da noch von den tollen XP-Rollen was ab. Das wäre ja klasse. Jetzt habe ich ja Pech und jetzt haben sich in der Zwischenzeit tausende von Menschen. Ich glaube, das war nicht, aber... Warst ja nicht. Warst ja nie, du. Weil gestern waren es auch erst fünf oder sechs und heute sind es schon keine Ahnung, wie viel. Aber ich freue mich jetzt vor allem erst einmal, dass ich 25 geworden bin. Also, unabhängig von dem Zeug. Weil dann kann ich jetzt einmal noch ein paar neue Quests annehmen und hoffe halt immer, dass ich zügig zur 26 oder ich mache halt das schon mit 25. Ist ja wurscht. Wobei, da kann ich ja die Rufrüstung... Also, die Ruf-Equenz würde mich ja nicht schon haben. Sonst wird es ein wenig arch anstrengend. Und das muss es nicht unbedingt sein. Gegen 27er und 28er und was dann alles gegen mich antreten wird, das weiß ich jetzt schon. Problem ist, heute ist Samstag und am Mittwoch ist der Reset, glaube ich. Also, ich werde es kaum schaffen, glaube ich nicht, dem PvP-Zeug innerhalb von vier Tagen, von drei Tagen zu schaffen. Sprich, ich werde jetzt mir irgendwas überlegen müssen, was ich bis nächste Woche durchziehe. Oder ich gehe natürlich ständig in diese... Ich bin nicht da überhaupt angemeldet, aber ich kann mich ja nicht mit dem Buff anmelden. Der Reinkarnation, wenn ich da sterbe, da verliere ich doch bestimmt XP, oder? Ich weiß es nicht, wenn ich das halt mit dem Buff anmachen kann, also, dass mir da nichts passiert. Dann würde ich da mal rein gehen. Weil es war ja sehr erfolglos vorhin, ne? Das Ganze hier anmelden, das... ging ja nichts. Und bei den Rubinen habe ich heute einen guten Tipp bekommen, da muss ich hier hin. Na, was war es? Doch, war das das? Ich glaube schon. Ja, Energie-Regenerationsrate um 10 Punkte pro Sekunde erhöht. Zwar nur mit einer relativ geringen Chance von 2%, aber dennoch, das brauche ich. So, die Steintrolle hätten wir. Jetzt muss ich noch den Obertroll mir kurz rauspicken. Wo einmal der ist? Ist der da irgendwo? Kann ich da, ja. Dann hätten wir das. Dann hätten wir die Seite, glaube ich, komplett leer, endlich. Kann man sich mal der anderen Seite widmen. Wo ist er denn? Da ist er doch nicht mehr, der Obersteintroll. Habe ich den vielleicht schon? Nee. Okay. Trolle im Lager getötet. Äh. Ugar. Ugar. Xhor. Pschrr. Der war doch immer hier. Ach na, hä? Doch nicht? Bin ich da falsch jetzt? Muss ich mal gucken. Bin ich verwirrt jetzt gerade. Wo bin ich denn? Da vielleicht. Ist er da hinten irgendwo? Steintroll. Steintroll. Ach, dann ist er da oben. Da ist er genauer. Da war das. Was machst du denn du jetzt hinter mir? Gut. Jetzt aber. Ab zurück. Teleportieren wir uns. Da laufen wir nicht. So. Was? All Demons? Okay. Fallout? im united wurde geplündert vom pfangkuchen okay irgendwas hat sich doch bestimmt verändert ich weiß es nicht was ist denn da los und können das nicht uns ich habe der kantaschen platz also raus mit dir immer noch gräber der truhe also gibt man halt eigentlich irgendwas da wirst als er gedacht also muss ich das auch noch einmal ich gehe jetzt schon mal verkaufen sind es immer 20 das muss jetzt erst mal gehen wo ist der 27 er hat mich auch schon wie sehr was wird irgendwo oben auf dem berg wahrscheinlich gut abschließen und jetzt darf ich die doch aber hoffentlich annehmen ja und was ist das da unico leben krieger annehmen wir alle wissenschaften annehmen für die phase was bricht in diesen erlaubnis klar okay was da hat er kennt gehen schatten meint so mehr quäste unten vielleicht noch okay davor kann ich jetzt gehen habe ich eigentlich schon den ruf jetzt irgendwie liga armee 22.000 ein bisschen okay könnte ich jetzt dahin gehen oder dahin oder da aber warte mal hast du jetzt nicht wiederholbare okay da gibt es nämlich eine quest wo man da die da sind so boss mobs oben auf dem hügel direkt hier und die kann man dann eben töten jetzt schauen wir mal vor zum liga lager dann können wir immer noch mal zurück können jetzt auch mal geschwind die rufpässe noch machen aber rufequipment ist glaube ich 26 wenn mich nicht alles täuscht keine ahnung keine ahnung mehr was habe ich überhaupt für ein pvp ding 294 31 pvp siege was das daneben stehen die ganze zeit auch was denn hier los was denn da los wo sind denn die das sind aber recht viele gerade gewesen wo waren denn die die elfe rennen okay die imperialen wächter annehmen und noch nicht verfügbar ist ein verlockendes angebot ah ja das ist dann für für die nächste ebene okay jetzt könnte ich rüber gehen und diese quest machen mache ich jetzt auch weil wenn jetzt xp verliert ist nicht schlimm jetzt probieren wir es einfach mal aus vielleicht ist ja niemand da da muss ich nämlich eine elfe mitten aus dem lacher das genauso wie hier quasi gegenüberliegend nur halt von den impfen und da kann ich eine elfe begleiten rausholen und begleiten und leider ist es so dass da oft immer wieder welche während du diese quest machst also die lassen sich die annehmen und so weiter und dann töten sie dich es ist nervig ich weiß nicht warum man das macht macht doch gleich vorher dann macht überhaupt sind oder hinterher oder bei holy project ich lass dich laufen ja du kannst den mann ich lass den holy project laufen 34 was machst du hier nix du gehst weg ja du würdest jetzt irgendwie pvp oder was machen das na na sonst hätte ich auch nicht abgesattelt nehm ich jetzt mal an selbst wenn nicht der hat ja nix zu suchen ganz einfach wenn der in tt rein muss dann kann er da vorne geht er andersrum da geht er nicht hier entlang klipp und klare sache hallo du musst mich jetzt aber nicht angreifen oder oder warte du erst später bis ich bis ich bis ich ein wenig gekämpft habe damit du es dann richtig zeichen kannst nein hast du nicht brav dann nehme ich alles zurück gut ja das darfst du halt nicht machen ne du hast jetzt du hast tatsächlich den äh okay du hast ja beschützt lass mich da einfach da jetzt einmal durch ja ach komm also ankarlon legion verdammt coole leute habt ihr verdammt cool muss man schon mal sagen das sind die sympathischen typen die mit über 30 herkommen in der pvp machen obwohl sie geworden hätte werden jedes mal wenn sie einen angreifen aber nein da ich habe den schutz ne durch heilige gerechtigkeit geschützt also noch einmal das hat mich jetzt irgendwie greizt also es kostet den ja vor allem mal mehr wie mich insofern also ja gut mich kostet schon was weil ich halt der reinkarnation bin aber im normalfall ja was ist denn jetzt das da kann ich ja nur flüchten kann ich ja nur da da muss ich aber ganz bitter muss ich da flüchten ei 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 also gut andere planer machen wir jetzt halt was anderes da sind wir jetzt ein wenig zu viele grad dass ich das eingehen möchte ich möchte ja 26 nochmal dann gehe ich jetzt halt einmal an die june bastion dickicht und so mach ich das einmal anders mach ich mal in der nacht in einer nacht und nedelaktion wenn keine sau da ist oder wenn ich rufe gehübt habe und alle gleichzeitig töten kann bei das dann von denen das hat schon böse und was ich gemerkt habe mit wenn meine pet dabei ist das ja total fies ne weil ich kann ja bestimmen wohin die dissonanz geht das geht ja wo es halt gerade mal hin will was so näher ist mehr so june bastion da wollte ich hin genau das passt das ist sehr schön da übernehme ich nämlich gleich mal die da die ganzen june golems dann muss ich glaube ich euch alle töten dann mache ich euch doch mal alle gemeinsam das war jetzt vielleicht doch ein wenig auf einmal aber ich hab's geschafft das ist ja die hauptsache so und die die muss ich ja noch als letztes zum schachsgericht die muss ich als letztes jetzt ja noch einnehmen na was mein das auch nicht na das da ok nehmen wir das mal ein was haben wir hier noch ah zum historiker können wir jetzt noch und drei kisten mit imberian geschossen können wir uns auch holen mal gucken also june bastion erobert dann hätten wir das jetzt ach ich muss ja nicht auswählen mensch wo wollte ich jetzt hin ach ich gebe jetzt erstmal gerade ab mal schauen ob da die freunde jetzt eingetroffen sind die maßen an die maßen an aus zack ah das hat mir jetzt ah da hatte ich aber doch warte mal war das besser ne gewandtheit ja 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 das scheinen ok so eroberung der städte macht das hätte ich gemacht sammeln 25.000 25.000 h schön ruf haben wir voll also ab wann ist das ganze kraft oh ich kann es schon tragen oh ja ja da wisst ihr was das bedeutet ich mache mit 25 meinen pvp ruppen ja bringt auch nicht 26 werden das ist ja glanzklar das ist ja mort klar ist es weiß ich schon was ich jetzt dann die nächste zeit macht glückgewandtheit kaufen durch waren wir das mal ganz zum schluss das mal ganz zum schluss ach lass mich raten die schmuckstücke sind aber ja genau die sind 26 deswegen muss ich 26 werden das war's aber das ist ja kein problem es ist ja überhaupt kein problem jetzt tun wir mal anlegen so und die waffe mache ich jetzt mal raus und jetzt schauen wir mal glück bräuchte ich nur geschickt auch minimal gewandtheit so vollkommen ok stärke ist auch absolut in ordnung also irgendwas mit gewandtheit und glück irgendwas mit glück gibt es nichts mit glück ach die haben alle das gleiche ach beinahe der hat mehr stärke und der hat mehr geschick der hat glück doch dort glück partizane kann immer noch mal die partizane sie doch auch schick aus ok ok warte mal was ich noch gleich mach ganz einfach damit es nicht vergessen gut dann habe ich die nämlich und sobald ich tragen kann kann es einwerfen ok jetzt mache ich pvp das ist ganz klar ganz klar das starte ich jetzt einmal ohne aufzunehmen weil ich nicht mehr für festblattenspeicherplatz habe ich werde aber mit sicherheit weil ich mache es jetzt erst einmal nur zum spaß und zum austesten werde ich euch aber mit sicherheit wieder rein holen früher oder später also wir sehen uns bis dann wir sehen uns bis dann